Wir gehen hier rein, Glastür, wundervoll, der rote Teppich ausgelegt, reingesteppt, green screen on fleek, on the wall, geil, Tür zu, Verwerbungs-Couch mit wunderbaren Boxen, Batscherer, Markenzeichen, Aloe auf der Fensterbank, wunderbar Absorber, wunderbares Gaming-Setup und für den kleinen Durst ein Kühlschrank. Und, man kann das Licht auch noch ausmachen. Ich bin baff. Das war's von meinem Gaming-Zimmer. Ciao. Licht habe ich vergessen. Oh, geil. So. Hä?